moin leute was geht hier ist wieder euer geist in dem heutigen video geht es um eine neue herausforderung bei der ihr 55.000 ep verlieren könnt und zwar wird diese herausforderung noch freigeschaltet und ist eine von mehreren ep herausforderung alles was ihr dafür tun müsst ist 7 teddies in holy zu zerstören ich werde euch jetzt all die locations von den teddies zeigen doch vorher leute wollte ich euch einmal darauf aufmerksam machen dass ich neben youtube auch fast täglich streame auf twitch falls ihr dabei sein wollt könnt ihr ja gerne über den link meiner video beschreibung ein kostenlose follow da lassen so jetzt kommen wir zu den teddies ich werde euch die locations jetzt zeigen macht es am besten in derselben route wie ich damit ihr das ruckzuck fertig habt leute falls euch dieses video gefällt dann vergesst nicht den daumen nach oben zauen und ein abo dazu lassen viel spaß und bis zum nächsten mal ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020